Musik Selbstbewusst blickt uns die zierliche junge Frau direkt ins Gesicht. Der Mann links im Bild dagegen, rasend vor Eifersucht, grünem Gesicht, mit weit aufgerissenen Augen. Seine Rivale rechts wirkt eher schüchtern und resigniert. Es hat autobiografische Anklänge. Der Mann rechts trägt die Züge des Malers selbst. Der Mann links die des polnischen Schriftstellers Stanislaw Pszczewski. Zwischen diesem, Munch und der Literatin Dobny Juel gab es, lange bevor Munch das Bild malte, eine Eifersuchtsgeschichte. Doch ob Munch konkret darauf anspielt, ist fraglich. Es sind eher Frauentypen, die in diesem und anderen späteren Bildern Munchs auftreten. Femme fatale. In seinen Bildern bringt Munch diese schwierigen Beziehungen und seine Gefühle dabei zum Ausdruck. Ich habe in der Übergangszeit gelebt, mitten in der Frauenemanzipation. Da war es die Frau, die verführt und lockt und den Mann betrügt. In der Übergangszeit wurde der Mann der Schwächere. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017